Na du? Ganz gut. Wovon träumst du nachts? Von einem riesen Erfolg. Döner oder Pizza? Pizza. Radios da zu werden heißt? Ähm, Erfolg zu haben. Disco oder Couch? Disco. Nüchtern oder besoffen? Nüchtern. Ich bin die Beste in? Singen. Sag deinen Namen rückwärts. Oh je, äh, A-N-N-A-S-A-R. Sieben mal zwei ist? Vierzehn. Was hast du am meisten? Raucher. In Saarbrücken schille ich? Im Kaffee. Rock oder Pop? Pop. Ich werde Radios da, weil? Weil ich einfach besonders bin. Danke. Bitte. Ernst. Rckerbrücken. Lübbi. Kaffee. fft. Jetzt. Zinn. Wir gehen. Jahres. Ben. InRA chbach.